Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 35 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 795 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020